Also, ich wollte ein paar Schritte machen und dann mal im Lidl gucken, vielleicht was zu trinken. Ich liebe diesen Arizona-Eistee, der ist meistens im Angebot in dieser Zeit. Ja, bisschen Baguettbrot und Ketchup, weil mein jüngster Sohn ist mit allem Ketchup und der Wahl. Ja, wie gesagt, hat das wieder mal nicht ganz geklappt. 102 Euro und ein paar zerquetschte später zeige ich euch mal, was jetzt in meinem Einkaufswagen gelandet ist. Ich glaube insgesamt sechs Packungen von diesen zwei Litern Arizona-Tee. Er ist nicht mal Diät. Es ist gezuckerter Eistee und ich trinke normalerweise überhaupt keinen Eistee, weil er mir zu süß ist. Aber den mag ich einfach so gern. Und davon habe ich, glaube ich, fünf Packungen gekauft. 1,69 Liter, zwei Liter. Das ist super. Dann habe ich, hatten sie wieder diese Hallore-Kugeln. Da habe ich für mich zwei Packungen und für meine Mauer zwei Packungen. Das ist so eine Pralinen-Sorte, die typisch Ostdeutsch ist. Ich habe wieder von meinem Lieblings-Joghurt-Dessert zwei mitgenommen. Das ist Geschmacksrichtung Zabajone mit Schokosplitz. Den liebe ich einfach. Es ist, wenn wir mal ehrlich sind, nicht wirklich ein Joghurt. Es ist halt einfach eher ein Dessert. Aber wenn ich dann abends, bevor ich natürlich die Chips aufmache, esse ich dann immer sowas. So, und noch die zweite Sorte Hallore-Kugeln-Straziatella. Seh mich in meinem Mauer. Einmal für den Vorratsschrank habe ich ein Glas Bolognese-Sauce mitgebracht. Ich mache sowas ja immer selber. Aber meine Jungs machen sich öfter auch mal was warm nach der Schule. Und wenn es mal schnell gehen soll, dann ist es nicht schlecht, so ein Glas im Schrank zu haben. Eine neue Hamburger Soße machen wir öfter selber. Den Joghurt habe ich umsonst bekommen mit der Lidl Plus App. Ich hatte drei Gratis-Coupons für heute. Einer davon war einmal 500 Gramm Joghurt. Den benutze ich ja auch viel. Also wunderbar. Dann habe ich noch einmal Knoblauchbutter und einmal Kräuterbutter für unser Raclette eingepackt. Grüner Tee mit Honig und Mandarin-Orange Geschmack. Und das war so schwer jetzt hier. Ich habe diesen Wagen hier so voller Getränke. Ja, dann habe ich ein Soft-Pudding-Usonst gekriegt mit der App. Und weil ich zwei Kinder habe und dachte, ich kann ja jetzt nicht nur für einen mitnehmen, habe ich den zweiten doch noch gekauft. Einmal Vanilla, einmal Schokolade für meine Jungs. Auch für die Vorratsschrank, wenn es mal schnell gehen muss, als Saucengrundsatz oder eben einfach nur zu heißen Nudeln. Unser Lieblings-Pesto, Pesto Calabrese mit Paprika, Tomaten und Butter. Eine dritte Packung. Ich glaube, ich habe Fünsche insgesamt gekauft. Ein paar Bananen, noch ein bisschen grün, wie wir sie am liebsten mögen. Und noch einer, weil da gab es natürlich vier verschiedene Sorten, also ganz entscheidend freundlich mich nicht. Das hier ist Raspberry. Das ist halt grüner Tee. Ja, ich liebe grünen Tee. Obwohl, der hier ist schwarz. Schwarzer Tee, grüner Tee. Aber den hier mag ich eigentlich am liebsten grünen Tee. Ja, und dann noch ein Oster-Produkt. Davon habe ich jetzt ein großes Sechser-Pack mitgenommen, weil ich möchte zwei Flaschen zu meiner Mutter mitnehmen. Rote Brause ist was, was mich total an meine Kindheit erinnert. Wir hatten ja selten Sprudelgetränke oder Limonaden. Und wenn und rote Brause, rote und grüne Brause, grün mit Waldmeistergeschmack und rot mit Himbeergeschmack. Also Brause ist einfach das Wort Brutz für Limonade. Das ist sowas, ja, da denke ich sofort an die 80er DDR-Zeit zurück. Ist auch nicht wirklich gesund, aber lecker. Ja, und noch ein Spontankauf. Sechs Dosen Koksirup und sechs Dosen Fanta für meine Jungs. War am Handgut, aber zusammen auch sieben Euro. Ich glaube, das ist der Freundin noch gar nicht dabei. So, und das war mein Wegelchen, an dem ich jetzt so schwer geschleppt habe und jetzt ist es leer. Wie gesagt, einen Einweißwegel habe ich schon gefuttert und mein Sohn hat sich schon eine Tüte Chips mitgenommen. Das ist die zweite Tüte. Ich bin jetzt aufgesorgt. Ein paar Kräuterchen. Einmal Minze. Einmal Basilikum, einmal Dill. Für unser Meerschweinchen. Ein Stück Brezel. No name. Und Lidl. Einmal Rindersalami. Und die Minze. Sieht sehr gut aus. Und Cookies habe ich tatsächlich vier Packungen eingepackt, die ich genau nehme. Zwei für zu Hause und zwei will ich mit auf die Arbeit nehmen. Da ist also noch eine Packung Kekse. Eine Packung frischer Schalping Jungs für mich und meine Mom. Für das Raclette heute Abend. Davon hatte ich wieder zwei gekauft. Die sind echt lecker. Die sind an der Kasse beim Lidl zu finden. Und dann habe ich noch zweimal den Tee zum Kaltaufgießen mitgebracht. Einmal Rhabarberkirsch und einmal Pirsich Maracuja für meine Mama. Und einmal Kaffeebohnen. Da gab es drei verschiedene Sorten. Vier sogar von Lidl. Das war die billigste. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, wo der Unterschied ist. Ich habe mich jetzt mal, bei der billigsten fange ich jetzt mal an, den Gold Kaffee, den ich eigentlich so gerne trinke. Der kostet vom Lidl da jetzt so eine Packung um 10 Euro. Während diese jetzt hier 6,99 war. Kaffee Crema Gustoso. Warum jetzt der eine 3 Euro teurer ist als der andere, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich probiere jetzt mal den billigen aus. Und vielleicht merke ich den Unterschied, vielleicht auch noch. Noch ein Beutel. Ein paar Plattfirsiche. Noch schön fest. Eine Packung von Jumini Humana. Eine Packung magerer Schinkel. Für Raclette oder Rührei. Oder Pfannengerichte. Ein Schabatter. Ein Schabatterbrot. Noch einmal Kräuter. Diesmal Basilikum. Ein Weizendinkelbrot. Aus der Bäckertheke beim Lidl. Schoko-Chunks zum Backen. Ich habe nämlich gerade mit meinem Sohn Schokolade-Cookies gebacken. Das war alter Joghurt. Und da müssen wir jetzt halt die Schokolade-Chunks auffüllen. Ich nehme ja normalerweise die vom Kogo. Diesen Kilo-Pack mit Erythrit. Aber der ist schon wieder bald leer. Und vier Laugenstangen. Aus der Bäckertheke. Und noch die vierte Packung Valora. Ich muss gestehen, dass ich heute einmal für Auffüllen basic Zitronensaft, dass ich heute ganz schön erstaunt war von den unter 2 Euro, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Weil ich habe ja überhaupt kein Fleisch gekauft. Null. Nur Schinken und Salami-Aufschnitt. Und beiderweise ist das ja schon so mit das Teuerste. Last but not least. Im Rucksack habe ich auch noch was. Ich komme mir dann mal wie so ein Packwiesel vor. Und jetzt bleibt mir der Joghurt runter. Zweimal billig Joghurt mit nachgemachten Neo. Das ist Oreo-Keks für die Jungs. Das war laut App umsonst. Zwei Mini-Salami. Das essen meine Jungs sehr gerne. Einmal ein Frauen-Hygieneprodukt. Die auch nicht gerade billig sind. So, ich mache die zweite Packung Kalta auch aus Souté. Und dann habe ich noch zwei Zeitstiften für die Mauer eingepackt. Die waren jetzt aber nicht so teuer. So, und eine Nachtcreme brauche ich wieder. Und da war ich jetzt auch erstaunt, wie teuer die war. Das ist von der Lidl-Eigenmarke. Und trotzdem hat diese Nachtcreme 5 Euro, ich glaube 45 gekostet. Also fast 6 Euro. Schon viel, finde ich. Noch Müsli-Riegel. Schoko. Wie immer alles No-Name-Produkte. Ein Stück Butter. Noch eine Packung Kekse. Und der Ketchup, wie nehme ich eigentlich da war. Eine Packung Cheddar-Käse habe ich noch. Bisschen billiger gemacht. Und das war's. Reicht ja aber auch. Wie gesagt, bin doch überrascht, dass das Ganze 102 Euro gepostet hat. Muss ich ehrlich gestehen. Weil sowas Besonderes. Allein die Tampons und die Creme, die ich jetzt gerade nicht sehe. Klar, ich habe zwar drei Sachen irgendwie für 80 Cent geschenkt getrickt durch die App. Aber das ist halt eben doch so. Man nimmt ja doch immer mal mit. Also allein die Tampons und die Creme sind ja schon 10 Euro. Und Klar, das war jetzt eigentlich auch unnötig. 3,50 Euro kostet 3 mal 6 mal 25 Cent. Also wahrscheinlich so irgendwie 5 Euro. Ich werde es euch einblenden, denn ich habe ja den Kassenzettel in meiner App. Und kann das dann bequem hochladen und euch zeigen. Deswegen musste ich mich erstmal ausrufen. Und dann das Chaos hier beseitigen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis bald. Eure Susi. Ciao, ciao. Bis bald. 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 Bis bald.